Konter. Zwei auf eins, die Eisbären mit Telexen. Oh, war das eine Weltklasseparade von Caron. Unglaublich gehalten. Wahnsinn. Oder Telexen, der kann es gar nicht glauben. Telexen, der die Dinger in Schlaf verwandelt. Pass von Oliver. Leeres Tor eigentlich. Dann kommt da die Fanghand von Caron. Hier sehen wir nochmal den Grund fürs Powerplay. Beinstellenhördler.